Also wir sind heute hier in Gelsenkirchen beim Rundstreckenrennen und ich werde nachher auch noch fahren, aber ich habe gesehen, unser Jedermann-Team ist auch da und ich werde die heute einfach mal überraschen und werde den Teamkirchen spielen. Let's go! Können wir mal so machen? Ja, ich bin ein paar Grüße, ich bin ein paar Rundfunk! Also wir sind ein paar Prozent, ein paar Freunden! Holla. Wir sind ein paar Fahrt, Fahrt. Hauptsache, wir sind ein paar Empower-Verlefunkern bei uns, sind wir hier bereits für große Preise, Musik Ja, vom deutschen Meister eine Medaille zu bekommen, das kriegt man ja nicht jeden Tag, aber war eine Hundesache, hat Spaß gemacht. Ja, die Tipps haben geholfen, sagen wir so.